Meine Damen und Herren, wir sind in Bern auf Gleis 3.1. Ausstieg in Fahrricht um rechts. Dieser Zug der Freitag nach Weiburg. Blöde, Lüge, Flughafen. Die nächsten Verbindungen in Bern, der... Die nächste Verbindung 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 in Bern, der... Wiener Morgen. Die nächste Verbindung in Bern, der Wiener Morgen. Fuck. Der Regulingspress nach Konnulfingen-Langen-Rüben. Demmental-Bolusen-Luzern um 14.36 Uhr ab Gleis 2. Der Regulings-Fress nach München und Spitzfuttegen-Kantler-Steck-Unden-Stein-Brick und Richtung 2.7 Uhr um 14.30 Uhr ab Gleis 2. Wie dachten Sie, die von Schriften an den Fahrzeugen? Ups. Der richtige Head-Up von Bern. Nein. Du bist doch... Du bist doch... Du bist Familie-Chat. Du bist Familie-Chat. Du bist Du bist so blöde. Du bist so blöde, wenn es dir noch schick ist. Das ist so komisch, ich muss assig machen. Mach mal Pause mit dir das hochladen. Mach auch's morgen. Gell, Peggy? Ja, ja. In am Morgen. Es gibt eine Pause. Das ist schön. Au! Lass dich zurück. Ach! Geht's? Ich muss mal ein Raus stecken. Aufs 3 gehen. Ja, ich fange so schnell. Das 4 ist schon passbar. Ich bin besoffen. Wie geil. Ich weiss, Schatti. Ich bin besoffen. Ich bin besoffen. Ich bin besoffen. Wenn du dich zu entdecken, gibt's die Barschen. Ich bin besoffen. Jetzt bin ich zur Höhen. Ich bin besoffen und zurück. Ich bin besoffen. Ich bin besoffen. Und damit. Du kannst mich nach vorne gehen, Mann. Kommt mir bekannt vor, der Ort. Und wir gehen jetzt noch weiter. Ja. Nach Lausanne. Jetzt ist deine Familie Chantal gekommen. Ich glaube, ich bin besoffen. Ich bin besoffen. Ich bin besoffen.